Hier wäre ich vorbeigefahren, das hätte ich überhaupt nicht geschaut. Die Bissenlöwen gucken doch völlig uninteressiert durch einen Leuch. Aber der fixiert uns derart. Aber das hängt doch wieder nicht. Der scheu, wieso? Jetzt haben wir eine Abwehrhaltung. Da wachst du euch. Der springt ganz einfach hier. Ja, genau. Ganz einfach. Der nimmt Anlauf. BKW, bitte.